Ahura, der Zoom ist da. Da ist noch ein Kabel im Bild, jawohl. Es war vor langer, langer Zeit der Zoom H1. Ja, heute mit dem Charme eines Diktiergerätes. Dann gab es Audio-Rekorder. Den Zoom H2. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. 2. Dann gab es noch hier die Stereo-Version mit Surround H2N. Hört sich ein bisschen an wie so eine Vogelgrippe oder irgendeine tödliche Krankheit. Zoom. Dann gibt es aber noch die Videomaschinen. Und zwar den Q2 HD. Der Q2 HD. Tolle Geschichte. Hat ja auch so eine Mikroskopkapsel. Dann gab es den 3er. 3, 3. Der ist heute übrigens eingetrudelt. Schickes Gerätchen. Ich habe gerade schon mal einen Test gemacht. Ich glaube, der ist gut. Und den Q2 M. Den es ja auch in der 4K-Version gibt. So. Da kriegen wir unsere unsere Q-Serie langsam, aber sicher voll. Ab jetzt. Die nächsten Geräte, die kommen, die werden leider ein klein bisschen teurer. Aber es ist egal. Irgendwie kriegen wir das schon mal gewuppt. Das Leben ist ja auch noch lang. Man hat ja auch noch ein paar Tage Zeit. In dem Sinne, so audio-technisch braucht man das alles. Nein. Das braucht man. Das braucht man. Das braucht man. Und 4K braucht man. Also am besten 8K, zweimal 4K. Also brauchen tut man immer was. Laterne braucht es auf jeden Fall. Habe ich ja erst letztens gekäuft. Zwei Stück, 20 Tackens. Sehr schön. Alleine, weil da kann man schön hermit machen. So, in dem Sinne. Tolle Sache.